Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Donnerstag, dem 4.11.2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1113. Heute mit den folgenden Themen. Xbox Game Pass, Apple One Premium, Netatmo, Transkription, Revolut OneDrive, Fritz OS 7 2.9 und You. Ich starte gleich in die ganzen Themen rein. Zwar allererst der Xbox Game Pass. Der wird ja fleissig und immer wieder angepasst und ausgebaut. Nun hat Microsoft ein paar neue Spiele bekannt gegeben, welche im aktuellen Zeitlauf damit drin sind. Die Neuzugänge des Novembers und da ganz spannend und für mich interessant Forza Horizon 5. Jetzt muss ich nur mein Abo wieder reaktivieren, denn mein letztes Jahresabo ist Ende diesen oder ich weiß nicht, letzten Monat ausgelaufen und es kommt jetzt Forza Horizon 5. Ja, das bekommt ihr zum Start, das neue Konsolengame von oder auch Computergame von Microsoft gleich mitgeliefert, wenn ihr das Ganze abonniert. Also ein No-Brainer, wie ich immer wieder zu pflegen sage. Auch für den einen oder anderen könnte Apple One Premium zum No-Brainer werden, sofern man natürlich auch die ganzen Dienste nutzt. Was ist im Apple One Premium mit drin? Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Fitness Plus und das Grösste, was die iCloud zu bieten hat. Stimmt nicht ganz, man kann sie noch verdoppeln. Aber der 2TB Speicher. Wenn man all die genannten 5 Geschichten nutzt von Apple, dann spart man doch einiges, wenn man sich das eben in der Subscription, also in der Apple One Premium im Bundle sich klickt. Wenn man das eine oder andere eben nicht nutzt oder nicht nutzen möchte oder vielleicht nur nicht wirklich allzu viel nutzt, dann muss man sich überlegen, ob es rentiert. Aber ich würde schon sagen, wenn ihr allein Apple Music in der Familie nutzt und dann vielleicht noch Apple TV und vielleicht die Spiele oder ihr seid ein bisschen fitter werden, also eben bei zwei, drei einzelnen Punkten hat man das Ganze dann doch schnell raus. Weiter geht es mit Netatmo und die haben einen neuen Homekit-fähigen Kohlenmonoxid-Melder, also einen Rauchmelder vorgestellt. Im quadratischen Design, schlicht und einfach, kommt er daher. Er warnt euch, wenn ihr vor Ort seid, mit einem 85-Dezibell-Lauten-Alarm oder wenn ihr ausser Haus seid, zusätzlich noch mit einer Push-Meldung, sodass ihr schnell reagieren könnt und was er dazu braucht, ist einzig natürlich eine WLAN-Verbindung und dann kommuniziert ihr über die Cloud mit eurem Account und eben eurem Smartphone oder anderen Geräten, die ihr angeschlossen habt. Das macht besonders dann Sinn, wenn ihr, wie wir zum Beispiel, einen Schwinnofen oder einen Kamin habt etc. oder in der Küche. Ich bin generell der Meinung, in jede Wohnung, in jedes Haus gehören solche Kohlenmonoxid-Melder hinzu, weil man hat dann einfach mehr Sicherheit, vor allem in der Nacht, wenn man schläft und es gar nicht merkt, wenn sich diese giftigen Dinger ausbreiten. Neuigkeiten gibt es bei Amazon Music, also genauer gesagt bei der Podcast-Abteilung von Amazon Music, die ja auch in der Musik-App drin sind, wie bei Spotify. Das ist genau gesagt, Spotify hat vor kurzem die Möglichkeit schon gebunden, dass man Transkripte einblenden kann vom Podcast. Das geht jetzt auch bei Amazon, also etwas, was richtige Podcasts schon seit langem kennen und auch richtige Podcatcher die Möglichkeit. Nun kommt das jetzt auch bei Amazon, wo man das Ganze dann live im Text sieht, was da gesprochen wird. Natürlich wieder mal US-only und aktuell nur in Englisch. Inwieweit und wie schnell oder inwiefern, wie schnell das dann auch zu uns kommt, zum Nutzen mit den englischen Podcasts, aber auch in unserer Sprache, das wird sich noch zeigen müssen. Wer von euch noch kein Revolut nutzt und das gerne mal gemacht hätte und oder es jetzt erst recht machen möchte, weil man Personalisierungsoptionen hat, weil man sich jetzt die physische Karte personalisieren kann mit schönen Zeichnungen, irgendwie einen Namen draufgekritzelt oder ein Ornament etc., der kann das ausprobieren. Kostet in Schweizer Franken, ich habe es glaube ich vor kurz nachgeschaut, 3,99 Euro, in Euronen sind es 2,99 Euro, genau kann man sich dann eben auf die Fläche zwischen dem Chip und dem Revolut-Logo sowie dem Visa-Emblem etwas draufzeichnen, reinzeichnen, kritzeln oder was auch immer. Ich würde vielleicht nicht gerade eure Unterschrift drauf machen, aber das solltet ihr ja wahrscheinlich auch selber bereits wissen. Ich finde es witzig, wenn man möchte, kann man das tun, ansonsten, ich nutze die Karte vor allem für Apple Pay und solche Geschichten, Google Pay, Samsung Pay und so weiter. Dann gibt es Neuigkeiten zu Microsofts OneDrive. Zum einen hat man angekündigt, noch in diesem Jahr eine Windows-ARM-Version zu bringen und Anfang des nächsten Jahres dann die Apple-Version. Verstehe ich nicht ganz, denn es gibt ganz viele Apple-ARM-PCs, also Computer, pui, PCs. Es gibt ganz viele Apple-ARM-PCs, mein Gott, ARM-fähige Apple-Rechner und im Windows-Bereich dann doch sehr wenige. Aber ja, man macht halt solche Dinge bei Microsoft und auch weitere Neuigkeiten sollen zum Cloud-Speicher kommen. Zum Beispiel, wenn man ein Bild, das man im OneDrive drin hat, bearbeitet wird, sofern man dann möchte, die Änderungen als Kopie abgespeichert und nicht aufs Original draufgelegt. Das finde ich gut. Vor allem da die Möglichkeiten da relativ gering sind. Wenn man später noch ein bisschen in einem Profi-Tool das Ganze bearbeiten möchte, will man da nicht das Zeug, was OneDrive versaut hat, mit drin haben. Somit ist das natürlich sehr praktisch. Dann kommt auch das KFM, das No-Folder-Move mit dazu. Ab Anfang des nächsten Jahres sollen auch MacOS-Nutzer in die Möglichkeit kommen, Ordner wie den Schreibtisch, die Bilder, Dokumente, Filme etc. ohne zu synchronisieren, in die iCloud mit einzubinden. Das heisst, ihr gebt Microsoft einfach das Recht, auf all eure Folder zuzugreifen, die ihr definiert und dann könnt ihr auch von fremden Rechnern dazugreifen. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Ne, Microsoft gibt man nicht so viele Rechte auf meinen eigenen Rechner. Es genügt schon, wenn es der OneDrive-Ordner ist, würde ich doch jetzt mal behaupten. Dann gibt es Neuigkeiten zu der FRITZ!Box 7590 AX, der neu erschienenen Box von AVM. Nach der 6591 der Kabel und der 6060 Cable Edition kommt jetzt auch diese in den Genuss vom neuen FRITZ!OS 7.29. Was ist da Neues mit drin? Es sind vor allem kleine Verbesserungen. Zum einen bei der Stammzertifizierungsstellen, die vertrauenswürdig sein dürfen, sollten wie auch immer Verbesserung beim Internetzugriff und die Möglichkeit, die Speichermedien über FTP etc. anzusprechen. Im Bereich der Telefonie wurde ein bisschen optimiert und auch die Kompatibilität zu Monterey wurde verbessert beim USB-Zugang, den man auf der FRITZ!Box hat. Und zu guter Letzt habe ich noch schöne Neuigkeiten. Nicht die, die wir uns gewünscht hätten, aber schöne Neuigkeiten für you und die User. Es gibt nämlich jetzt mittlerweile 30.000 von diesen Usern und UsernInnen. Oder es gibt sogar keine weibliche Form davon. Muss ich mal nachfragen. Herzliche Gratulation an das Fintech. Und jetzt hoffe ich, dass dann die anderen Neuigkeiten wie angekündigtes Apple Pay, Google Pay etc. kommen. Oder Fraction Trading. Da warte ich noch viel mehr drauf. Denn ja, dann kann ich endlich auch in die grossen Aktien dieser Welt investieren. Wer das Ganze mal austesten möchte mit you, aus der Schweiz kommt, logischerweise, der hat ihn in den Shownotes verlinkt. Einen kleinen Freundschaftscode dürft ihr ihn gerne nutzen, wenn ihr möchtet. Es gibt 500 Swisscoins für euch und natürlich auch für mich gutgeschrieben. Und dann habt ihr einen einfacheren Start in die App. Das war's mit der heutigen Episode. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Donnerstag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.